Heute wird gestanden. Heute wird gestanden. Ja, heute wird gestanden. Letzte Folge kann man nicht sagen. Nein, nein, es ist ja heute was Special-mäßiges. Es ist Special. Es ist das Best of Outtakes. Beides. Best of Outtakes, all das. Ja, wir sagen erstmal natürlich Hallo. Es ist soweit. Heute Abend geht's ins neue Jahr. Heute Abend geht's ins neue Jahr? Heute ist Silvester. Heute ist Silvester. Morgen ist Neujahr und wir wollten euch einfach noch so, ich meine, wir wissen ja nicht, was ihr so abends vorhabt, aber vielleicht habt ihr ja Lust ein bisschen zu lachen. Es kommt ja immer so Sketch-Comedy, kommt ja abends in meinem Fernsehen und dann dachten wir, wir liefern euch auch was. Ja, aber es ist jetzt nicht DIN A4-1. Also soweit wollen wir jetzt nicht gehen. Unsere schauspielerischen Talente sind eher G-Null, aber nichtsdestotrotz, auch wenn wir so in diesem Jahr, in diesem erfolgreichen VfL-Jahr ja einiges passiert. Einiges. Wenn man auch in dieser Saison nimmt. Wir gehen ja nur von dieser Saison aus, oder? Wenn ich das so richtig in den Kopf habe. Na, wir gehen ja, wir sagen das Kalenderjahr 2021. Kalenderjahr, also auch. Bevor wir die Bundesliga entklommen haben, natürlich auch davor, ist uns natürlich auch so einiges passiert, was ihr gar nicht mitgekriegt habt. Tja, das sind so ein paar Dinge. Ihr könnt euch das ja auch schon denken, ab und zu muss ich dann mal am Schnittpult, muss ich mal sitzen und dann muss ich mal so sagen, ach komm, da muss man ein Cut gemacht werden. Aber die Dinge sind ja nicht gelöscht, die sind gespeichert. Super, super. Also wenn ihr wüsstet, wie oft wir hier sitzen und immer wieder von vorne anfangen oder hier nochmal schneiden, dann fällt da der Handy, dann ist der Ton weg, dann hast du aufgenommen, dann war der Ton nicht so... Ich wollte es jetzt schön umschreiben und er hat es quasi im Ruppert-Deutsch gesagt. Scheiße. So ist es. So, wir wünschen euch... Genau, wir wünschen euch viel Spaß bei diesem Video natürlich. Genau. Und vor allem guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt gesund. Lasst euch impfen, immer ganz wichtig. Auf jeden Fall. Und dass ihr mehr Erfolg habt, wie im letzten Jahr. Gesundheit, Glück, all das, was wir wünschen. Genau, und unser VfL sowieso. Genau, auf jeden Fall. Das stehen wir alle mit dem Herzen hinter und von daher, ja, da bleibt nicht mehr viel über. Eigentlich nur zu sagen, kommt wirklich wunderschön ins neue Jahr. Genau. Wir wünschen euch alles Gute für 2022. Und ein letztes Mal für 2021 sagen wir natürlich auch, klar, das gehört dazu. Und wenn euch das alles hier gefällt, was wir machen, Däumchen, ihr abonnieren, die Glocke nicht vergessen. Lasst euren Support gerne dafür, für unsere Fanleidenschaft. Und eins möchte ich noch sagen, an alle Blogger, Vlogger, die das Gleiche machen wie wir, Blue Wondermesium, wie sind ihr alle heißen. Macht weiter. Macht weiter. Schreibt positiv über den VfL. Euch wünschen wir auch natürlich wie alle anderen einen guten Rutsch. Bleibt gesund. Erfolg. Bleibt gesund. Erfolg. Und alles Gute. Alles Gute. Wir sehen uns 2022. Glück auf. Wir sind live on air. Was machst du da? Herzschlag. Aber ich kann mich doch schon mal dazu setzen. Nein, 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 du nimmst die Scheiße schon wieder auf. Ich seh das. Nö. So wichtig, wenn es so fehlt. So ja. Ja. So ja. Kevin. Pascal, René, Flo, Kevin. Nimm mal auf. Nimm mal auf. Pascal, René, Flo, Kevin. Genau. Ja. Das, meine Lieben. Solltest du schauen, geh einfach gucken, ob das steht. So, also. Ne, stimmt, hast du recht, dann auswärts in Karlsruhe. Das ist der Malo. Und wir sind Fan4Fans. Unter anderem, wir haben noch einen Kameramann, der ist heute nicht da und so weiter. Ehrlich. Nein, nur mal ein Smalltour, weil viele gucken immer in die Kamera, deswegen. Nö, nö. Okay. In your house? In my house, ja. Where do your house here? Ja, ja, so warte mal, ey. Boah, hör auf, ey. Ja, guck, wir haben kleine Leute, kleine Flaschen. Ich glaube, seit Corona ist, hab ich wirklich so ein bisschen... Ach, komm, hör auf. Hör doch auf. Ganz ehrlich, ne, so ein... Du gehst jeden Tag zum Sport. Stimmt doch gar nicht. Und Schirrmann von der Stahl, uns hätt gebeten. Ganz ehrlich, wir hätten uns nicht mehr halten können, die Ostkirche. Du wirst wahrscheinlich, würdest so fünf Stufen irgendwie unten liegen. Und Bier duschen ohne Ende. Ohne Ende. Boah. Boah. Ready? Gut. Könnt ihr vielleicht wegen dem Hintergrundgeräuschen vielleicht ein bisschen weiter? Das wäre echt super, weil sonst... Malo, malo. Wir hoffen, ihr habt auch an unserem letzten Match-Talk... An dem letzten Match-Talk. Natürlich an dem letzten... Dann die neue Position mit Eisfeld oder Chipsa oder... Stell einfach wieder hin und nimm weiter auf. Falsche Seite. Falsche Seite. Falsche Ries, fast leer. Nicht am Tisch wackeln. Wir sind wieder und er. Schön so hat es. Kämpf um den Ball. Nein. Oh, Leute, Leute, Leute. Supergeall. Habt ihr da gesehen? Bah. Dreves. Entschuldigung, aber so macht man das. Oh, oh, oh. War nur Spaß. War nur Spaß. Ich höf der Eisf-Borusser, ey. Ey. Wer nicht höf der Eisf-Borusser, ey. Sehr, eine sehr beschlossene Mannschaft auf uns zukommen wird, die in der individualen Position stark besetzt ist. Bewerbungen für Techniker und Tontechniker, Bildtechniker bitte an fan4fans.atweb.com. Aber nur Ton, weil Bild haben wir. Ja, genau. Und Nils ist heute nicht da. Ja. Ah ja. Yeah! Und kommst du in ein Stadion? Ja, weiß, du kommst nicht. Das können nur die Buchmann sein. Ja, die Jungs vom VfL. Ja, die Fans. Und kommst du in ein Stadion? Ja, weiß, du kommst nicht. Ja, weiß, du kommst nicht. Ja, weiß, du kommst nicht. vom VfL. Und somit kommen wir auf die, pardon, beiden 6er Positionen. Ja, die sind gesetzt. Ich mag ihn, er ist in's Haus. Erwiss, Rex Bajai. Rex Bajai. Ist er Rex Bajai? Rex Bajai? Da ist er wieder. Da ist er wieder? Wahrscheinlich. Aber, wir haben ja, du hast ja auch im Vorfeld schon gesagt, wir gehen noch beim VfL davon aus, dass wir einen 4-5-2 haben werden. Scheiß. Habt ihr recht mit dem Tippe? Oh ne, oh ne, oh ne. Alter, wie sonst die Füße auf so rief die fucking nass. In diesem Sinne, Glück auf. Glück auf. Glück auf. Glück auf. Glück auf. Haut rein. Haut rein ist auch gut, ne? Haut rein. Glück auf, Leute. Haut rein. Oh ne, Gott.